Hessen ist meine Heimat. Man ist ja so verbunden mit der Natur und mit den Leuten. Das ist ziemlich einzigartig. Mit Herz und Seele bin ich Waldecker. Für mich ist es wichtig, das was wir hier mit viel Liebe anbauen, dass das auch dann von dem Kunden genossen werden kann. Hessen ist das Land, wo die guten Sachen wachsen. Hier bin ich zu Hause. Landwirtschaft ist zum einen die Liebe zur Natur. Tiere haben mich eigentlich immer schon fasziniert, als kleiner Junge schon. Ich fahre gerne Schlepper. Mittlerweile haben wir einen großen Milchviechstall gebaut. Man hat all seine Energie, seine Zeit in den Betrieb gesteckt. Das ist ein Lebenswerk. Ich bin schon froh, dass unser Sohn nach seinem Studium Interesse an der Landwirtschaft gefunden hat. Und das irgendwann auch mal übernehmen wird. Man ist hier gut aufgehoben in Hessen. Ich bin selbst in Verbänden organisiert. Und wenn man Probleme hat, das wird einem schon geholfen. Und ich denke mal, da steht man nie alleine, wenn es Probleme gibt. Ja, es ist ein gutes Gefühl. Das Besondere hier in unserer Gegend finde ich einfach die Vielfältigkeit der Landschaft. Das gute Klima. Wir haben die Möglichkeit, Wein anzubauen. Es wächst Gemüse ein paar Kilometer von hier. Das hat man sonst in wenigen Regionen in Deutschland. Das ist ziemlich einzigartig. Nach außen sieht es aus, dass wir nur auf dem Schlepper sitzen und ein bisschen durch die Felder fahren. In Wirklichkeit ist es sehr viel Büroarbeit, sehr viel Rechnen. Aber es ist sehr abwechslungsreich, der Büro. Es ist eine intensive Ausbildung dazu nötig. Man macht eine Lehre. Ich habe dann Fachabit gemacht, habe ein Studium hinten dran gehängt und bin dann hier in den Betrieb eingestiegen. Und dann ging es natürlich immer darum, den Betrieb weiterzuentwickeln. Ich bin sicher, dass hier wohl eine entscheidende Sache ist, wenn es den Tieren gut geht, wenn sie auch gut wachsen, können gesund aufwachsen. Und ich denke, der Verbraucher honoriert das auch. Es ist ein unglaublich interessanter Beruf. Und es gibt genug Leute, die begeistert sind. Aber man muss es auch positiv vorleben. Also mein Großvater war Landwirt, mein Vater war Landwirt. Und da ist es eigentlich so in der Familie ganz normal gewesen, dass ich auch Landwirt werde. Der Großvater hatte immer 0,1 Hektar angebaut. Ich habe dann zweieinhalb Hektar auf einmal angebaut. Da hat er gesagt, so viel Spargel, das ist so viel, kann man gar nicht all verkaufen. Und heute haben wir also 120 Hektar und da wird immer noch all verkauft. Was liegt näher, als dass man die Produkte, die man aussäht, die man bei ihrem Wachstum begleitet, auch direkt an den Kunden verkauft. Und da wir hier in der Metropoliregion leben, ist das natürlich auch besonders einfach und besonders effektiv. Und das ist für mich eigentlich eine schöne, runde Sache. Wir sind hier auf Hof Erlheim. Das ist ein ganz alteingesessener Familienbetrieb, der schon aus dem Mittelalter stammt. Wir haben 12.000 Legehennen nach Bioland zertifiziert. Ich habe mich dafür entschieden, ökologisch zu wirtschaften, weil das für mich der richtige Weg ist. Wobei ich auch die konventionelle Landwirtschaft genauso schätze. Da ich ja hier noch was auf die Beine stellen möchte, muss man da schon in relativ jungen Jahren drangehen. Ich mache den Beruf mit voller Überzeugung und mit Spaß bei der Sache. Ich genieße diesen Job, auch wenn es teilweise sehr anstrengend ist. Es ist zum einen so, dass ich meinen Betrieb noch weiter zukunftsfähig ausbauen möchte, meinen Kindern eine Zukunft bieten möchte. Und es ist letztendlich auch ein Markt, der langfristig interessant ist. Wenn ich mit einem Kopfschmerzen in die Zukunft schauen würde, wäre ich falsch in diesem Job. Unser Betrieb ist ein ganz kleiner Betrieb in der vierten Generation. Wir produzieren ausschließlich Kräuter. Gärtner bin ich geworden. Ja, warum eigentlich? Aus der Tradition heraus. Und weil es einfach ein toller und ein unheimlich abwechslungsreicher Beruf ist. Frankfurter Grüne Soße ist in Frankfurt das Nationalgericht. Das ist meine Passion. Das ist ein ganz klarer Trend zu regional und saisonal. Und das freut mich wirklich sehr, sehr. Weil früher war es anders. Und jetzt haben die Leute wieder erkannt, der Bauer vor der Haustür ist mein Freund. Deswegen mein Appell, ihr Leute, guckt, wo es herkommt. Guckt, wo es einkauft. Unterstützt eure Bauern. Wenn ihr den Bauern seht auf dem Traktor, winkt dem und guckt ihn nicht böse an. Meine Familie ist seit tausend Jahren nachweislich in Frankfurt. Wir haben es tausend Jahre geschafft. Ich hoffe, wir schaffen es auch die nächsten tausend Jahre. Ich sehe das als einen zukunftsträchtigen Beruf. Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, was anderes als Landwirt zu machen. Rentner kann ich mir noch vorstellen, was zu machen irgendwann. Aber das ist auch kein Job für mich. Ich würde hier nie weggehen. Also ich bin hier aufgewachsen, ich würde hier immer bleiben. Also ich fahre gerne in Urlaub, aber nie lang und nie so weit. Ich hänge ziemlich hier an dem Fleckchen. Man ist ja so verbunden mit der Natur und mit den Leuten. Das macht einfach Spaß hier zu leben. Das ist einfach, das ist Hessen. Hier bin ich zu Hause. Das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach.